Das ist Rick, ich bin Steven und das sind die Was geht ab Flash News. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag mit einem Beitrag in der New York Times direkt an das amerikanische Volk gewandt. Er warnt die Menschen vor den möglichen Folgen eines Militärschlages in Syrien und spricht von einer neuen Terrorwelle mit vielen unschuldigen Opfern. Putin betonte, dass es auch für ihn keinen Zweifel am Einsatz von Giftgas gebe. Er allerdings glaube nicht, dass das Gas vom Regime eingesetzt worden sei. Viel wahrscheinlicher findet er, dass die Rebellen das Gas eingesetzt haben, um eine ausländische Intervention zu provozieren. Laut einem amerikanischen Regierungssprecher liefert die CIA seit zwei Wochen leichte Waffen, Munition und medizinische Ausrüstung an syrische Rebellen. Dieser Schritt war bereits im Juni angekündigt worden. Damit ist die Rolle der USA in dem Konflikt beträchtlich gewachsen, obwohl der geplante Luftangriff vorerst ausbleibt. Kritik erntete Barack Obama an anderer Stelle auch von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der der amerikanischen Regierung Versagen in der NSA-Affäre vorwirft. Zusammen mit anderen großen Internetunternehmen wie Yahoo, Google und Microsoft beschwerte sich Zuckerberg auf einer Konferenz am Mittwoch über die mangelnde Aufklärung in Geheimdienstangelegenheiten. Er sieht es als seine Aufgabe an, die Daten seiner User zu schützen. Tatsächlich habe es viele Datenanfragen bei Facebook gegeben, während die Regierung öffentlich bei der Behauptung blieb, dass keine Amerikaner ausspioniert wird. Das hätte sein Unternehmen in eine üble Lage gebracht. Auch Yahoo-Chefin Marissa Mayer sieht sich in einer unmöglichen Situation. Wenn man sich nicht fügt und die Daten nicht herausgeben will, dann gilt das als Landesverrat. Sie versichert aber, dass Yahoo sich trotzdem jede Anfrage verweigern würde. Eine gänzlich unfreiwillige Datenweitergabe hat Vodafone Deutschland zu verzeichnen. Dort haben kriminelle Hacker die Stammdaten von mehr als zwei Millionen Nutzern gestohlen, wie das Unternehmen am Donnerstag mithalte. Die kompletten Datensätze enthalten neben Namen und Geburtsdatum der Vodafone Kunden auch so sensible Informationen wie Adresse, Bankleitzahlen und Kontonummern. Ein Täter ist noch nicht gefasst. Es gibt aber inzwischen einen Tatverdächtigen, bei dem eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Das Unternehmen versichert, dass weder Kreditkarteninformationen noch Pinnnummern oder Passwörter gestohlen worden sind. Etwas weniger als zwei Millionen, aber immerhin 400.000 Menschen haben am Mittwoch in Spanien für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert. Die Katalanen haben eine 400 Kilometer lange Menschenkette von den Pyrenäen bis zum Mittelmeer gebildet. Vor 300 Jahren war Katalonien von Spanien erobert worden. Die Bewohner sehen sich aber weiterhin als eigenständiges Volk und kämpfen seither um ihre Unabhängigkeit. Die Region, die zu den reichsten Gebieten des Landes gehört, plant für das kommende Frühjahr eine Volksbefragung zur Abspaltung von Spanien. Aber selbst wenn die Abstimmung Erfolg haben sollte, steht die Abspaltung nach geltendem Recht nicht im Einklang mit der spanischen Verfassung. Jetzt seid ihr gefragt. Wünscht ihr den Katalanen ihr eigenes Land? Glaubt ihr, dass eure Daten wirklich sicher sind? Ist Mark Zuckerberg wirklich der weiße Ritter, für den er sich ausgibt? Und was für ein Spielchen treibt Putin da eigentlich? Schreibt es in die Kommentare. Wie immer findet ihr da drüben zwei weitere Videos und unter mir könnt ihr uns abonnieren. Dort findet ihr auch Tag Skadiwur. Zudem in der Beschreibung alle Links zu den Social Media Seiten. Tschüssi, bis dann.